Herzlich Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze, denn es ist wirklich noch nicht vorbei. Eine siebte Welt wurde enthüllt, dank den Ka-Tempeln. 7.1, Qual der Quader. Die machen wir natürlich auch noch. Außer natürlich diese Level sind so unglaublich hart, dass ich übelst uprage. Ich werde sie mir aber auf jeden Fall angucken. Und ich habe mit dem Spiel eigentlich schon abgeschlossen, aber hey, es geht weiter. Okay. Die Musik ist toll. Äh... Was geht hier ab? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Es geht... Es kam ja nicht nur ein Level, es kam mehrere davon. Das wird scheiße, wisst ihr das? Okay, aber ich werde es mir antun. So gut es geht. Ich werde vielleicht nicht alle Puzzleteile holen. Oh, da war schon eins, sehe ich gerade. Ja. Eins habe ich schon verpasst. Ähm, ich bin eigentlich nicht da lang. Ich muss mich... Ah, da ist eins. Es gibt hier fünf. Wahrscheinlich gibt es hierfür auch wieder eins. Ja, das ist nicht nett gerade. Äh, was zur Hölle? Wohin? Aha! Hilfe! Äh! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Ich lebe noch! Ah, nein! Alter! Das wird nicht lustig. Will ich mir das echt antun? Ich will es auf jeden Fall versuchen zu schaffen. Wie soll ich das da kriegen? Hä? Wie soll ich das kriegen? Mir stellt sich eine Frage, wie ich ein Puzzleteil kriegen soll. Ja, danke. Was? Aber ich hab's jetzt. Für das Puzzleteil musste ich sterben. Das lege ich jetzt einfach fest. Zwei haben wir damit schon. Okay. Beruhigt mich nicht, dass wir zwei schon haben. Da, 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 da. Die Musik, die ist so fröhlich. Oh, 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 ja. Und die Welt ist wieder grün. Was? Wetten, dafür gibt's auch ein Puzzleteil? Ihr Sadisten. Ihr Sadisten! Ihr Sadisten! Ihr Sadisten. Okay. Ich weiß nicht, ob ich... Ich werd's auf jeden Fall versuchen. Wie gesagt, aber... Ich glaub, ich werd diesen Level nie schaffen. Das ist ja abartig. Da, 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 da. Die Musik ist so fröhlich. Sie steckt mir einen Mittelfinger voll ins Gesicht. Oh, ja. Das tut sie wohl. Oh, oh, ja. Oh, ja. Das tut sie wohl. Ich möchte oben drauf. So, einfach so. Oh, das war zu schnell. What the f... What the f... Was? Was? Ihr seid doch wahnsinnig. Ist klar. Donkey Kong kann das. Warum hat Donkey Kong sich noch gefreut im Abspann, als das Geschenk gekommen ist? Könnte mir nicht erzählen. Oh, bestimmt irgendwo ein Puzzleteil. Egal. Oh Gott. Ich hab doch keine Dixie mehr. Wer baut das alles hier? Oh Gott. Könnt er nicht machen. Hallo Puzzleteil. Nein. Oh, ich hab's. Cool. Das sind nochmal, wenn ich's richtig, äh... Äh, ja. Das ist, äh... Wenn ich das richtig gesehen hab, sind das nochmal gleich der Anzahl an K-Tempel, die ich geschafft habe. Also sieben. Also sechs. Sechs K-Tempel, meine ich. Ich hab sieben Artefakte bekommen. Für Welt sieben. Oder ich habe sechs Artefakte gesammelt für sechs Welten. Man weiß es nicht. Werde ich's sehen. Ich wette, hier ist... Ach, komm. Äh, äh. Was? Warum hab ich gesagt, ich will das machen? Warum sag ich nicht einfach, wie ganz viele andere Let's Player, die das auch machen? Nach dem Abspann ist Schluss. Nein. Ich muss das, was danach kommt, auch noch machen. Na. Ich bin ja auch Wahnsinn. Hallo Fliege. Au ab. Ich hab keinen Hunger. Geh weg. Aber die Musik ist echt cool. Muss ich ja mal sagen. Ich werd's auch fünfmal sagen. Och, komm. Och, komm. Komm schon. Ich hab übrigens 95%. Ich weiß nicht, ob ich das eingeblendet hab nach den Credits. Äh, die Speedruns bringen dann, glaub ich, gar nicht mal so viel. Ich glaub, ich hab dann das Wichtigste gemacht. Also diese Speedrun-Sachen, diese Zeiten holen, ist, glaub ich, dann total unwichtig. Ich mein, das wird schon einen Teil zu den 100% beitragen. Aber, ich hab jetzt schon 95%. Ich mein, what the fuck. Ich werde hier niemals alle Bananen kriegen. Das werde ich niemals schaffen. Wenn das wirklich irgendwie was für ein Puzzleteil ist, dann Respekt, Nintendo. Dann Respekt. Dann, wow. Oh nein. Das wär fast in die Hose gegangen. Yay. Gut. Ich hab's mal überlebt. Okay, jetzt kommt der Mist wieder. Die Musik sich hier auch passend ändern. Das ist total cool. Ich mag dieses Jessige ja sowieso. Dieses Jessige Swinging. Oh yeah. Na? Auch hier? Hui. Wieso sind diese Eiseulen eigentlich noch hier? Dürftet gar nicht mehr hier sein. Das ist ein... Warum zieht mich das so runter? Ich denke, wenn ich getroffen werde, hab ich so eine Invisible Box. Invisible, Invisible. Damit ich so unbesiegbar bin und so kurzzeitig. Und natürlich gibt's hier keinen Checkpoint. Und dann kann ich doch durch Wände durch so... Durch Hindernisse zumindest, die mir Schaden zufügen. Aber hier? Nö. Das geht hier nicht. Stimmt, hier kam ja was von der Bananenseite. Was? Wow, ich hätte fast alle gekriegt. Schade. Ähm. Wenn die Plattform nicht pünktlich kommt, macht mich das nervös. So. Zu früh, verdammt. Okay. Und Musik, ändere dich. Oh, sie ändert sich hier gar nicht passend. Doch, jetzt. Okay. Dann ist das Zufall, dass sie sich hier ändert. Aber es ist schon gut abgepasst mit der Musik. Wie gut man hier springt... Was? Die Steine tun mir weh? Oh. Was soll ich das denn riechen? Ahnt doch keiner. Jetzt muss ich ohne Dixie hier weiter. Macht's nicht besser. Okay, einfach durch. Oh Gott. Diese Beherrschung. Nicht zu springen. Okay. Was? Was? Nein! Was? Was? Was wollen die von mir? Sind die bescheuert? Das ist das Schlimmste, was die mir antun können, sowas. So... Hindernislauf. Gott. Aber ich bin so fröhlich. Stopp mal. Hoffentlich überlebe ich das jetzt. Natürlich kriege ich das Herz nicht. Verdammt! Nicht alle Bananen schon wieder. Mano. Och, Mano. Ich will doch nur einmal alle Bananen haben hier. Das kann nicht für ein Puzzle-Klar sein. Hallo, Plattform. Jetzt komm. Mein Gott. Ist das denn wahr? Okay, ich hab wieder nur ein... Ah ne, ich hab zwei Herzen. Okay, ich dachte, ich wurde schon wieder einmal getroffen. Das Level macht ja... Oh Gott. Macht ja Spaß, wie krass man da gebremst wird von den Dingern. Boop, 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 boop. Von mir werdet ihr heute nicht mehr mehr hören. Ach, wie dumm das ist. Dieses Ausbremsen, ne? Hetzend. Und das will ich echt machen. Aber das mach ich dann irgendwie specialmäßig und nicht als reguläre Folge. Das kommt dann irgendwann mal. Und gerade, ey, krass. Krass. Hab ich nicht so die Motivation, jetzt alle direkt hintereinander zu machen. Ich bin froh, dass ich das Level allgemein ein bisschen, äh, geschafft habe. Oh Gott, ja, ein bisschen. Das war knapp übrigens. Oh mein Gott. Nein, wieder nicht. Oh, eine Banane hat gefehlt. Dann wäre die Frage endlich gelöst worden, ob es dafür ein Puzzleteil gibt. Aber nö, ich muss es verkacken. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Das wäre zu heftig. So. Ach, wie schön, dass mit der Musik immer passt. Einfach göttlich. Theoretisch muss ich auch noch die ganzen Figuren kaufen, die sich ja jetzt freigeschaltet haben. Kann ich auch noch machen. So. So. Die Musik, die ist so toll. Einfach so machen. Guck mal. Nein. Oh Gott. Dixie hat mich sowas von gerettet. Okay. Dixie kann ich das ein bisschen abfedern. Hm. Von wegen. Von wegen! Das ist das Ende. Okay, irgendwo gibt es noch ein Puzzleteil, was ich nicht habe. Aber das ist das Ende. Zwei noch. Äh. Hm. Kacke. Ja. Glaubt ihr eigentlich, dass ich die nachhole, wenn ich sie nicht kriege? Glaubt das ja nicht. Das könnt ihr aber vergessen. Außer ich habe das Level irgendwann so raus, dass ich da voll durchrocke. Das könnte zum Beispiel das Schweite sein und nicht das erste. Ein Affe mit Bananensammelfähigkeit wäre toll. Es gibt auch nur Münzen. Dann glaube ich nicht, dass das ein Puzzleteil gibt. Irgendeine andere Bananenkonstellation gibt hier ein Puzzleteil. Aber nicht die. Okay, da kann man nicht rein. Also nicht drauf. Zu früh. Zu früh. Das war mutig. Das war ganz schön mutig. Es könnte sein, dass man hier alle Münzen sammeln muss, um alle Dings zu kriegen. Also alle Bananen. Oh nein. Okay. Kommt hier was? Nee, ist okay. Ich gehe. Ich gehe. Hab da geschafft. Hab mich überzeugt. Da, 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 das ist so fröhlich. Da, 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 da. Bisschen warten, sonst werde ich getroffen. Nein. Ich will nicht sterben. Aber ich muss. Komm, das Level möchte ich wenigstens noch machen, damit ihr mitkriegt, wie toll das Level doch ist. Und dann gucken wir mal, ob wir die anderen Folgen irgendwann machen. Vielleicht habe ich ja Bock und mache das alles noch. Wahrscheinlich greift mich, packt mich wieder meinen Ehrgeiz und ich mache das dann sowieso. Ich will das dann, da, die drei Bananen da unten zum Beispiel. Das ist ganz schön gefährlich, die zu holen. Und das würde sich ein Puzzleteil für anbieten. Och, nö. Puh. Das war knapp. Ach, komm. Was waren, was sind da alle? Ich will einmal alle haben. Das ist voll die Challenge hier. Natürlich. Natürlich. Äh. Nein. Hör auf zu sterben, Donkey Kong. Donkey Kong. Die nachfolgenden Sendungen verschieden. Was? Nein. So nicht. Das Level ist so schön. Nicht. Wer was anderes behauptet, lügt. Ob das so gut war, ich weiß nicht. Hat geklappt. Okay. Wieder nicht alle. Ach komm. Gib auf. Ich will doch nur einmal alle haben. Alle, alle. Oh Gott. Das könnte ein Puzzleteil geben, wie man alle untenrum sammelt. Das klingt so falsch, aber es ist so. Okay. Und die Musik passt wieder. Nicht ganz. Schade. Obwohl das echt ein Puzzleteil wert wäre, wenn man hier alle Münzen sammelt. Tatsache. Okay. Aber wo fehlt denn noch eins? Hm. Ich weiß nicht. Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön. Nicht. Nicht. Jetzt kommt die doofe Stelle. Nicht treffen lassen. Flieg. Flieg. Wie ist das Ende? Das möchte ich jetzt noch schaffen. Wie gesagt. Ja. Hallo Level. Ich hab dich so ganz doll lieb. Es hat kein Puzzle da gegeben. Ich bin enttäuscht. Ich soll einfach nur sagen, guck mal, guck mal, wie toll du springen kannst. Das ist aber, glaube ich, der leichtere Weg, ne? Und warum so duft das klingt. Was zur Hölle? Das hat mich umgebracht, weil es auf mir gespawnt ist. Okay. Ich hab's verstanden. Du magst mich nicht. Das ist hier eigentlich nix, ne? Okay. Ich weiß nicht, ob Dixi an der einen Stelle, ach Didi an der einen Stelle vielleicht sogar besser wäre. Weil schweben. Schweben könnte. Oh Gott. Das ist eigentlich nicht der bessere Weg, weil es doch sehr gefährlich ist. Muss ich feststellen. Muss ich da so feststellen. Nein. Jetzt war ich gierig und wollte noch die Banane haben. Kein Puzzle, okay. Haben wir das Mysterium auch gelöst? Spring doch mal! Rettet mich das? Nein. Ich hab's verbraucht. Umsonst. In der Hoffnung, dass ich danach nochmal hochschweben kann. Na toll. Ach ja. Wo ist das letzte Puzzletai? Wo ist es nur hin? Wo ist es nur? Wo ist es nur? Wo ist es nur hin? Das war ganz schön knapp. Was zur Hölle mach ich denn da nur? Oh Mann. Alle Bananen sammeln. Nein, das wird nichts. Oh Gott. Das war ganz schön knapp. Wir alle Bananen. Ach komm schon. Immer. Es fehlt immer eine. Man kriegt ja aber relativ schnell die Leiste wieder voll, ne? Von Dixie. Das mach ich. Warum mach ich das? So. Bis hierhin kann ich ja. So, halbwegs. So schnell. Oh Gott, das war genau richtig. So, das Puzzletai habe ich jetzt. Das ist schon mal Sommer sehr gut. Man muss da echt kurz warten, sonst kriegt man das nicht. Aber es geht hier hauptsächlich um die Münzen, ne? Und die Bananen gar nicht mal so. Auf jeden Fall ist das wieder so ein Level, wo man ohne Ende... Auch kein Puzzleteil, okay. Muss ja jetzt alles mal abwägen hier. Alles mal abchecken. Okay. Sobald du einmal getroffen wirst, ist es vorbei. Verdammt. Kacke. Und das ist das Ende. Das sieht schon so nach Ende aus. Aber trotzdem fehlt mir noch ein Puzzleteil. Das passt mir überhaupt nicht. Nein, ich sag zwar, dass ich nicht alles holen werde. Aber trotzdem passt mir das nicht. Das ist voll ätzend. Warum ist das bestimmt so ein Dummes, was man ganz leicht bekommen kann. Oh komm, das war jetzt wieder eine Banane. Das Mysterium, ob man hier ein Puzzleteil bekommt, wenn man alles kriegt, wird nie gelöst werden. Nie. Niemals. Ich komm viel zu schnell durch. Die Musik passt gar nicht hier an der Stelle. Es ist viel zu schnell hier. Wie ich die Münze noch sammle, weißt du? Muss ich gar nicht mehr. Oh, egal. Oh Gott, das war ein knapper Sprung. Hui. 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 So, jetzt muss ich hier wieder warten. Die Musik ist echt super toll und sie nervt überhaupt nicht. Nein, die nervt echt nicht. Das ist ja das Verwunderliche. Okay. Ich will nicht sterben. Ich gebe es gleich auf. Ah, ich sollte mal Didi versuchen. Echt mal. Mit Didi kann ich nicht umgehen. Weil ich Didi im gesamten Spiel nicht einmal richtig benutzt habe. Na doch am Anfang mal. Oh Gott. Oh Gott. Das war ein guter Anfang. Jetzt fehlt mir wieder eine Banane. Ich raste aus. Zwei Bananen. Okay. Ja, okay. Wieso will ich hier immer... Ich frage mich, ob das geht. Ob ich bis dahinten hinrollen kann. Bis ins Fass rein. Das wäre voll geil. Aber das geht, glaube ich, nicht. Das wäre voll der Shortcut. Naja, auch egal. Ah, nein. Das war knapp. Ohne Dixie hätte ich das nicht geschafft. Ähm, könnte ich bitte... Alter. Schnell ins Fass. Bevor ich sterbe. Okay. Och, komm. Ernsthaft? Dein Ernst? Dein Ernst? Wisst ihr was? Ich höre jetzt... Ich versuch's noch einmal. Dann beende ich den Part. Der ist dann auch zu lang. Weil ich möchte das jetzt auch nicht unbedingt schneiden. Weil ihr möchtet... Ihr mögt das ja nicht, wenn ich schneide. Ähm... Hab ich so verlauten lassen? Äh... Oder habt ihr so mal verlauten lassen? Och, komm. Ja. Einmal noch. Pass auf. Einmal versuch ich's noch. Und dann... Bei der Versuch jetzt... Der war echt so... Hm. Das war kein ernster Versuch. Ihr kennt das. Das war so ein... Naja. Dahinter heißt's... Ich hätte extra verloren, damit ich aufhören kann oder so. Aber das war gar nicht so. Das war gar nicht so gemeint. Das gibt's doch nicht. Die letzte Banane, dass die auch immer abhaut, ne? Und nicht nochmal zu Ende dreht. Hey Münzen. Hi, toll. Ich will aber ein Puzzleteil. So. Hui, das war knapp. Okay. So. Wenn's Checkpoints gäbe, wär das ja alles... Sehr gut, dann wär's auch wieder zu einfach. Weil die einzelnen Abteilungen sind ja... Die letzte Abteilung ist halt hart. Und wenn... Ein Checkpoint gäbe... Gäbe's ja nix schweres mehr in dem Level. Versteht ihr? Oh Gott. Wieder rein. So. Jetzt hab ich aber auch wieder ganz viele Münzen zum Einkaufen. Schön. Warum mach ich solche Sachen immer? Weil ich dann denke, ja komm. YOLO. Nein, was mach ich? Alter. Nein! Okay. Jetzt ist's vorbei. Gut. Ich beende jetzt... ...diesen Part. Icognito Island. Okay. Wir sehen uns vielleicht... ...in anderen Parts, jeder. Wenn ich das nochmal versuche. Und nicht mehr heute. Ihr seht, hier sind noch vier Level oder drei. Kann man das schon sehen? Drei. Drei Level nur. Gut. Das kann man sich überlegen. Aber es gibt wahrscheinlich noch ein viertes in der Mitte. Das kann man sich aber überlegen. Wir sehen uns im nächsten Part vielleicht. Von Nogikon Country Tropical Freeze. Seid nicht traurig, wenn's nicht kommt. Oder es dauert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder so. Oder in anderen Videos. Kommentare und Bewertungen sind gern gesehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Ciao. iberl Bis zum nächsten Mal.